Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Life is Strange. Nachdem ich ja im letzten Part gefällt hatte, weil bei Steam da gibt es ja immer beim Kauf dann so mehrere Optionen mit so DLCs und alles. Und da gab es halt eine Option für 5 Euro nur die erste Episode und das hatte ich gemacht. Und jetzt habe ich mir aber alle gekauft, die sind wohl immer noch nicht raus. Keine Ahnung wann die rauskommt, aber will man jetzt bei Out of Time weiter. Bam, play, play. So, ich freue mich schon jetzt auf die zweite von 5 Episoden. Momentan sind ja leider nur 3 draußen, das heißt wir werden das Spiel wahrscheinlich eine Weile pausieren müssen. Aber dafür kann ich ja, wie man sich ja nix, wie man sieht. Na komm. In the previous episode of Life is Strange. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense. I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Six months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait. Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I did it in Blackout. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max? Tell me everything. Ja, das haben wir bis dahin schon alles erlebt. A story-based game, let's future play. It was game-action in Duel and Future. Also, ich spiele storybasierend und alles, was wir verändern, wird die Zukunft beeinflussen. Bla, 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 bla. Snooze. Ja, passt jetzt auch noch was? Ja, passt jetzt auch noch was? Life is Strange, Episode 2 out of time. Was ist das da? Ich feuer den! Irgendwo ist nach der Runde... Was? 2? Warte! Aha! Zeit und 13 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 Zeit... So, das altbekannte Tagebuch, SMS von Chloe... Äh, die Nörte, ach, äh, 13, I'm ready... 40 Minutes, oh, ähm... Und Mama, was ist das schon? Ja, ich, äh, es hat mich am Anfang total vergessen, danach zu gucken, also Max ist da wohl 18 geworden, als wir angefangen haben... Und, I mean, I'm hoping for God, the water plant... Ah, okay... Oh, so... Jetzt nicht... Look... Jetzt nicht mehr vorankommen... Jetzt muss ich mich fragen, ob diese Filme basiert sind auf der richtigen Geschichte... Okay... Water... Drink auf! Es hat Elektrolyte... Mit DAS Konsequenznamen... Ja, wenn wir später wahrscheinlich noch sehen... So, dann... Du... Also, ich bin in Time... Time ist, wie ein... Look... Also, ich bin in Time... Time ist, wie ein... Look... I could rewind for days... And read all of these books... Will I really find any insight into my power? Mal bitte Musik aus, dankeschön... Fotos... The Max Caulfield's Photo Memorial Wall... Nicht schlecht... Foto machen, man... Wow, juh... Woah... Hello, zombie face... This is what happens when you research quantum physics all night... Careful... Also, nein, 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 nein... Even with all this crazy shit going on... It is... I better not leave without my shower supplies... Eh? What? I better not leave without my shower supplies... What is it with the shower? That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle... Ach so... Umziehen... Ach, showers... Ah... Okay, Max... Let's hit the showers now... Ehhh... 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 haha wie war diese missing poster ich frage mich, ob wir das irgendwann noch aufdecken werden das ist echt geil, das foto ist es hier hinten, ich schau jetzt nicht, ich will mich noch weiter umgucken okay Vortex, klappt geiler Name we shouldn't be watching wake up max, juliet is next to me in the hall not her room there's brooke looking smarter than whatever they're watching must be hot stuff Taylor is no doubt being led around by Victoria as usual go Miss Grant not sure if I will though I'm a loser I'd love to make a man people here are merciless okay, dann ab ich hab ja gesagt, dieser Part wird auf jeden Fall etwas länger der wird so 20 bis 30 Minuten lang schau aus das ist unsere nette Freundin Kate hey Kate how are you doing? I'm here thanks again for standing up for me yesterday I needed that anytime that guy has issues doesn't everybody here by the way Max do you still have my copy of the October country? oh yes of course it's great so far I didn't realize Bradbury was such a poet can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class absolutely I'll bring it by later okay alles klar duschen, duschen, duschen just 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 bam das Wasser sieht geil aus oh weiter runter, weiter runter super Spaß wenn da nicht gleich jemand kommt fress ich mir den Controller aha what's up Kate school that's it that video of you clubbing didn't look like homework Victoria that wasn't me oh my god, right don't be shy I think it's awesome you set a tongue record on video haha we're going to be sorry someday we're going to be sorry someday we're going to be sorry someday oh boohoo I'm sorry you're a viral slut I'm sure she had fun looks like it looks like it I know Nathan hooked her up and you know he has the good shit preach it sister yuck I still have goddamn paint all over my face oh thought she was a badass taking that picture I should have beat her down I should have beat her down that was so uncool she's jealous because Mark Mr. Jefferson knows I'm going to win the everyday heroes contest he thinks Max is a joke she's a weirdo with that dumb camera I hate that I'm so quirky crap anyway let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action you are such an evil biatch I love it I love you 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 what that's then for a cool kampfeder Ist mir egal. Ne. Äh, jetzt wahrscheinlich wieder in unserem Raum, wenn ich wusste, wo der war. Hey, Zoom. Victoria, Zoom. Woke, Zoom. No Broke here. No Broke here. Ne, nicht wirklich. X, Zoom. Boom. Oh shit. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up. Lumpen. After I find Kate's book. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. And nothing here. Okay. 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 Of course you just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone foul soft drink. Ah, clever Max. Aha, you sneaky book. You're mine. Oh, warum musst du das ausblenden? Oh, ich mag ihre Klambotten. Die Klambotten. Die stehen hier total. Die passen hier wie die Faust aus den Augen. Guckt euch das mal an. Da steht hier doch perfekt die Komi. Sehr gut. Wie wär's denn mal mit abschließen, Max? Keep smart. Äh, ich kann ihn auch nur aus. Wie kennt man noch nicht von so aus? Wie kennt man noch nicht von so aus? Wie kennt man noch nicht von so aus? Wie kennst du drauflassen? Uh uh. Kate zu. Nein, nein. Kate? You in there? Yeah, in here. Kame in, Max. Sollst. Hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? David and it's David and it. I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. So, why would you go? Laps of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God I had one sip of red wine. And then I drank wine. Are you sure it was just one sip? I take a sip at church and I don't end up on a viral video. Okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick. And dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises. But I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate. We'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here, near my bag. Thanks, Max. So, Max. Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Oh, that's hard. I need to find out. I need to find out. I need to find out. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police and also principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal. After getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Now the police is know. Wait. Okay. Wait. Hm. Sie sind in der Samuels herumgeflogen. Hey, Samuels, du bist early. Oh, hallo, junge Max. Ich liebe das früh früh. Alles ist so kalt und kalt. Und ich kann mich fühlen, dass die Tiere wachsen. Das ist eine Sache, die ich wirklich liebe von Arcadia Bay. Es sind alle diese coolen Tiere in der Kühe. Die Kühe immer kommen in der Morgen. Für Essen. Ich kann sie hören. Welche Tiere sehen Sie in der Kühe? Die Kühe. Die Kühe. Sie wissen. Sieht so, wie du mehr wissen. Oh. Ich will mal kurz gucken. Ich will mal kurz gucken. Mal kurz reden. Der Taylor. Hallo, Taylor. Warum würdest du sogar mit mir sprechen, nach dem was du gestern hast, mit Victoria? Ich möchte nicht mit dir oder mit Victoria kämpfen. Im Gegensatz zu sprechen, einfach zu sprechen. Du bist lustig. Also, ich mache nichts bei dem Moment. Also, sprechen wir. Kate ist wirklich schrecklich über das Video. All diese Gossip ist schrecklich. Boo-hoo. Das ist das, was passiert, wenn du allen über Sex sprachst. Sie wird leben. Warum gehst du mit Victoria? Sie sind ziemlich schrecklich mit dir und Courtney. Und sie ist schrecklich. Sie wissen nicht, ich weiß. Und sie ist eines der besten Freunde, die du kannst. Ich glaube, ich habe auch schrecklich, schrecklich, schrecklich Freunde. Ich würde es lieben, wenn meine Mutter gemeiner, bossy oder sicker gewesen wäre. Ich würde es lieben, wenn meine Mutter gemeiner, bossy oder sicker gewesen wäre. Aber egal. Wir haben unsere Gespräche. So, damit würde ich sagen, war es das von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es von mir und Max. Und... Ciao! Bis zum nächsten mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.